Sehr generell gesagt, die sich verändernden Rahmenbedingungen für die Lebensmittelproduktion. Dazu gehören der Klimawandel, der Schutz der natürlichen Ressourcen wie Luft, Wasser, aber auch die Biodiversität und das Ernährungsverhalten einer wachsenden Bevölkerung. Heute haben wir zu viele Zielkonflikte in unseren Produktions- und Ernährungssystemen, z.B. zwischen Ertrag und ökologischer Nachhaltigkeit. Wir suchen also nach Wegen, diese Zielkonflikte möglichst zu vermindern und wir vergessen dabei aber auch nicht, dass die Produzentinnen und Produzenten ein genügend hohes Einkommen erwirtschaften müssen. Wir orientieren uns an praktischen Fragestellungen und nicht an Fachwissen oder Fachgruppen. Gemeinsam wollen wir wirtschaftliche, soziale und ökologische Produktions- und Ernährungssysteme entwickeln. Das heisst, die Prinzipien der Agrarökologie stehen im Zentrum. Und im Systemforschen heisst auch die Konsumenten mit einzubeziehen. Ganz generell ist die Forschung mit Co-Kreation viel prominenter geworden. Zum Beispiel zusammen mit verschiedenen Experten aus verschiedenen Fachbereichen, aber auch mit all den Akteuren entlang der Wertschöpfungskette Wissen und Lösungen mit wenig Zielkonflikten erarbeiten. Wir sind ja auch daran, unsere neue Standortstrategie umzusetzen mit den dezentralen Versuchstationen. Und dort ist die Co-Kreation eine Bedingung. Wir wollen nicht nur für die Praxis forschen, sondern mit der Praxis. Die Versuchstationen führen Forschung und Praxis zusammen für eine zukunftstaugliche Land- und Ernährungswirtschaft. Die Hofer Sons- und Anderen